Hi, ich habe hier zwei Network Marketing Statistiken, die definitiv entscheiden, ob du erfolgreich bist im Network Marketing oder nicht. Diese zwei Statistiken, die werden dir helfen und bleib vor allem dran bis am Schluss, weil ich sag dir genau die Lösung, wie du diese Probleme auch löst. Also Network Marketing Statistik Nummer 1, das ist so 50% der Network Marketer, die starten, hören im ersten Jahr wieder auf. Erstes Jahr Ende, in den ersten 5 Jahren hören 95% aller Menschen im Network Marketing auf, das ist die Statistik und nur die Top Performer bleiben. Ich sag dir am Ende vom Video, was die Gründe sind, warum diese Menschen aufhören, weil das steht auch in dieser Statistik im Network Marketing dabei und wie du das vor allem lösen kannst. Aber Statistik Nummer 2, 48% der Vertriebspartner sind aktiv, nur unter aktiv bezeichnet man jemanden, der versucht einen Verkauf zu tätigen, der versucht Teampartner zu rekrutieren, der einen Bonus erhält oder einen Meeting teilnimmt für Vertriebspartner oder von der Firma. Wie können wir das, was ist der Hauptgrund, warum die Menschen so schnell aufhören? Der Hauptgrund und das ist der Hauptgrund ist, weil sie Freunde und Familie nicht ansprechen wollen und deswegen ist es so wichtig, dass du Network Marketing mit Facebook machst. Sorry, bevor ich weitermache, ich zeig dir kurz was. Hallo, ich bin der Willi, Willi Brokkop, ich habe in sieben Monaten, bin ich an die Spitze im Network Marketing gekommen, nur durch Facebook und unterhalb findest du mein Gratistraining, damit du siehst, wie auch du das schaffen kannst. Also, das ist die Statistik, die Lösung ist Facebook und ich kann dir sagen, es funktioniert, mir wurde auch gesagt, es funktioniert nicht, in zwei Jahren über 800 Erstlinien im siebten Monat, Monatsumsatz von 210.000, alle Rekorde in dieser Firma gebrochen, die über 20 Jahre im Markt ist, Facebook dominiert und Facebook funktioniert. Punkt Nummer 2 ist, zur Aktivität der Partner hieß es ganz wichtig, du musst Erstlinien machen, du musst Erstlinien machen, ganz wichtig, das heißt, nur wenn du die Erstlinien machst, funktioniert das. Und hier gibt es einfach neue Methoden, die du unterhalb im Training findest und der wichtige Spruch ist, you call me. Das heißt, du musst jeden neuen Partner sagen, er soll dich anrufen, das zu den Network Marketing Statistiken und wie gesagt, unterhalb findest du jetzt mein Training. Schön, dass du da bist, bye bye, ciao, servus, fit.